Wollen Sie auch gewinnen? Na, dann kommen wir doch jetzt am besten zur Umweltlotterie. Heute ist der 13. Juli, Freitag der 13., vielleicht ein Glückstag für Sie. In Nordrhein-Westfalen, unserem benachbarten Bundesland, da gehen mit diesem Wochenende die Schulferien los. In Hessen haben wir ja schon ein bisschen länger Schulferien. Der eine oder andere fährt noch in Urlaub. Wie wäre es mit ein bisschen Urlaubsgeld? Dazu brauchen Sie die richtige Los-ID. Hier kommt sie, 02514, die Los-ID für den Hauptgewinn. 02514, wenn Sie die haben, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten fragen wir uns natürlich, was für eine Postleitzahl hat der Hauptgewinner angegeben? Es ist eine Postleitzahl aus dem Wetterallkreis. Wenn Sie auch eine Wetterallkreis-Postleitzahl angegeben haben, haben Sie auf jeden Fall was gewonnen. Aber auch darüber hinaus, gibt es den einen oder anderen Gewinner in Hessen? Und wie sieht es aus mit den Quoten? Hier sind die Gewinnklassen. Hauptgewinner sind 10.000 Euro. Dazu gibt es einmal 2.500 Euro, 4 mal 500 Euro, 56 mal 50 Euro, 241 mal 10 Euro und 961 mal 5 Euro. Und es gibt natürlich auch Geld für Umweltprojekte mal wieder. Und in den vergangenen Wochen haben sich die Gewinner für dieses Umweltprojekt entschieden. Im Wetteraukreis geht es um bunte Blühstreifen für Wildbienen auf den Feldern der Wetterau. Dafür gibt es 5.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Vor- und das Glückwunsch. Oozeuge dabei. Und das Glückwunsch. Vielen Dank.